Willkommen bei der LATELY SHOW. Wir schauen am Dienstag einmal auf die von Sarah Wagenknecht ins Leben gerufene linke Sammelbewegung mit dem hippen Namen Hashtag Aufstehen. Und wir gucken dabei, ob nun Aufstehen die neue Hoffnung am Horizont ist, die nicht nur die Linken wieder fallen soll, sondern auch gleich noch alle Ex-Wähler, die sich nun bei der AfD tummeln, zurückholen sollen. Ziemlich viel, was Sarah Wagenknecht der jungen Bewegung noch gleich aufbürdet. Oder ist Hashtag Aufstehen am Ende nur ein weiteres Hashtag Sitzenbleiben? Und nicht vergessen, am Freitag dann wieder unsere LATELY NEWS, denn als andere draußen sind ja bekanntlich nur Fake News. Eine schöne Woche und viel Glück da draußen!